Er spielt den Hauptsache für das Schlagzeug, für das ist ja das ganze Land bekannt. Jetzt aber nimmt er seinen Wäschbrett-Buch Respektiv ist eine Kombination zwischen Bauch und Wäschbrett. Und dann macht er ein bisschen Wäsch waschen und wir spielen den Stuck dazu, das heisst Coney Island Washboard. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Coney Island Washboard, she would play She would hear it on the potwalk every day Sobsas all around, bubbles on the ground Rappadappadapp in the little top all the tunes she found The timbles on the fingers make the noise She let Johnson on the laundry for the boys She would drag the tune right through your leaf of a brand new pad of privities Coney Island Washboard Rundle Yeah! ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.